Ja, willkommen zurück, Leute. Was geht ab? Und jetzt gehen wir, wie versprochen, in den Grammercy-Bereich, in den Einsatz. Und da sollen wir in ein Polizeigebäude, glaube ich, eindringen und einen Agenten suchen. Und wie man jetzt schon wieder sieht, ist hier das Wetter schon wieder unfassbar super. Man sieht wieder nix. Ah, das macht ja nix. Wir gehen jetzt trotzdem mal dahin. Oh, guck mal, hier können wir noch ein bisschen Krämpfe mitnehmen, glaube ich. Ich habe nämlich gesehen, man kann wirklich an diesem Herstellungstisch da in der Operationsbasis, da kann man echt coole Sachen herstellen. Und deswegen nehme ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeug immer mit, falls ich das finde. Ja, was haben wir denn hier für ein Wetter? Das ist schon ein bisschen krass, oder? Das ist ja nix. Ah, komm mal, jetzt springen wir hier mal drüber. Das müsste jetzt hier gleich sein. Ja. Team suchen. Alleine will ich das nicht machen. Ja, welche Stufe haben wir? Oh, wir haben 18, das ist 16. Ist egal, oder machen wir trotzdem. Ist ja quasi ein Haupteinsatz. Das gehört ja mit zur Story. Das kann man ruhig mal machen. Ich habe übrigens gerade im Internet gelesen, dass wir jetzt den ersten Spieler haben, der Stufe 99 in der Dark Zone erreicht hat. Das muss man sich mal reinziehen. Das finde ich schon sehr krass. Weil wir haben jetzt den 19. März heute und ja, das ging schon relativ schnell dann. Aber ich meine, es gibt immer irgendwelche Verrückten, die dann wirklich den ganzen Tag das zocken. Habe ich jetzt hier einen in der Gruppe, oder was? Nee. Warten wir noch ein bisschen. Wir empfangen ein Signal aus der Akademie. Shade Tech von einem Agent der ersten Welle. Der Transponder sendet noch. Ein neuer Agent tritt ihrem Team bei. Ah. Jetzt. Juhu. Da sind wir wieder. Hä? Was? Wo bin ich denn jetzt? Kommt man von hier auch rein, oder wir, oder was? Sieht so aus. Gehen wir mal rein. Schauen uns das mal an. Ah ja, hier sieht schon sehr nach Polizeistation aus, hier. Was geht hier? Hier liegt was. Warnung. Finde im Anmarsch. Oh oh. Schnell, Turm. Zack. Au. Du Drecksack. Oh. Das war mal wieder eine prachtvolle Meisterleistung. Wie immer. Dankeschön. Vielleicht mal so ein Gerät hier hinlegen. Raus aus deinem Loch. Das glaube ich allerdings auch. Wartet auf mich. Ich hoffe, der vierte hat es nicht mehr geschafft. Das ist schon behindert, oder? Diese Rumtanzerei. So. Geil. Was? Hier, nehmt. Mein Türmchen ist fleißig am Schießen. So wie sich das gehört. Komm. Schieß dir in den Rucksack. Du Rucksack. Ich wollte doch gar keine Brandgranate. So. Splitter Grenade. So. Autsch. 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 Ha. Viel Spaß. Weg da. Alter, wie schnell explodiert das. Achso, das war die gar nicht. Das war noch eine. So. Munition. Munition. Hey Leute, hier Munition, ihr Noobs. Hallo. Ah, dann leckt mich doch. Oh, der ist schon Level 21. Das ist alles schon sehr gut. Das ist alles schon echt, das Level Design ist einfach unfassbar gut. Und diese Einsätze, die finde ich auch richtig geil. Wenn die alle so wären, das wäre richtig geil. Aber diese Nebeneinsätze sind ja völlig für die Katz. Was ist los, Leute? Wir müssen los in den Aufzug. Das ist bescheuert, ey. Ich habe Gesellschaft. Was? Was? Oh mein Gott. Bitteschön. Ein Türmchen. Aha. Was wäre es gekommen? Oh. Komm mal her, Junge. Bitteschön. Danke. Du musst nur die Ceweih machen. lor demokratische Tradition. Danke. Turm hier oben drauf Ja Wundervoll Was? Ja genau Der Kollege kommt durch die Tür Oh scheiße Da kommen Jetzt müssen wir aber hier weg Da kommen nämlich jetzt mal Gerade so ein paar Elite-Mobs Werfe ich mal ein Granätchen Da hinten vor den Latz Zack Ey Jetzt kommt man hier wieder Ich verstehe das nicht Ich komme immer auf diese Tasten Oh oh Jetzt wird es ungemütlich Jetzt wird es sehr sehr ungemütlich Freunde Ah noch ein bisschen nachladen Haben wir ja genug Zeit hier Nicht Oh 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 Ich verziehe mich Ich verziehe mich Leute Das bringt hier nichts Hier Turm Hey andere Waffe habe ich gesagt Zack Hä Wieso habe ich denn jetzt Oh wieso habe ich denn jetzt Keine Sniper mehr Kacke Ich habe irgendwas falsch gemacht Sehr schön Sehr schön Ich werde gleich mal gucken was ich Warum ich hier Keine Waffe mehr habe Keine Präzisionswaffe Achtung Agent Wir haben ein Echo In ihrer Nähe Ein Echo In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo Ja Das habt ihr jetzt zweimal gesagt Leute So Du hattest eine Chance für mich zu arbeiten Und hast beschlossen mir in den Rücken zu fallen Oh Herr Himmels Das müsst ihr nicht tun Sie brauchen Hilfe Sie sind verrückt Du widersprichst den Mann mit der Waffe Ich würde sagen Du bist verrückt Ich Ich fühle mich eigentlich ganz vernünftig Moment Ich habe da noch was zu erledigen Ganz kurz gucken Ich bin sofort da Das kann nicht sein So Division Agenten als Verräter Die sich gegenseitig umbringen Das Nein Das gibt's nicht Okay Konzentration Die Shade Tag Die das Echo erzeugt Wurde gehackt Die Identität In der Höhlen ist unleserlich Wenn es bei Ihnen einen Sicherheitsraum gibt Kommen wir vielleicht an sie heran Wenn sie die Überwachungsvideos nicht gelöscht haben Und ich sie hochladen kann Dann schauen wir doch mal Das ist wohl der Überwachungsraum hier Oh Lade archivierte Sicherheitsdaten herunter Los Green So Behoben Ach du Scheiße Jetzt wird's gemütlich Ich sehe dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind Aber sie reagieren nicht auf meine Rufe Das gefällt mir nicht Sie haben ein Geschütz aufgestellt Ja sicher Granetchen Für die Kollegen dahinten Und noch eins Wenn ich das durch die Fenster werfen Wahrscheinlich nicht So So Ah Ich spring mal hier hin Wo ist denn der andere? Na komm schon Ha Was? Okay Gar nicht mal so schlecht Leute Was macht der denn da? Ah so ein Scanner ist das glaube ich Oh oh Jetzt kommt hier der Oberchecker Wieso kann ich Na ja Ich würde gerne mein Geschütz da hinten anstellen Egal das passt schon Gehackt Was? Die haben ein Geschütz gehackt Ich fall vom Hocker Boah alter jetzt geht's aber los hier Das geht aber ab jetzt So der hat es hinter sich Viel Spaß Hoffentlich hackt ihr nicht wieder mein Türmchen Oh 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 Puh Die haben schon wieder mein Turm gehackt Diese verdammten Schweine Ich werfe kein Turm mehr hin Scheiße Jetzt greife ich mein eigener Turm an Das ist doch unfassbar Komm schon man Ist mein Medi-Pack Ah Der andere hat ein Medi-Pack hingelegt Das ist schön Yes Scarecrow heißt er Oh das war schön 12k Damage Oh da oben kommt noch mehr Das ist Panzer sicher Werbe ich das hinten dran Dann kann es mich zumindest Falls sie das wieder hacken Nicht Außen noch Sniper Vergiss es Junge So nicht Man geht nochmal aus meiner Schusslinie Kollege Jetzt steht er genau Egal geht Oh ich habe keine Munition mehr Oh der Scheiße habe ich gar nicht gesehen Dass der tot ist Scheiße Komm schon Komm schon Komm schon Das dauert ja voll lange So Komm Mist Habe ich gar nicht gesehen Dass der tot ist Ach hier ist ja Munition auch Alles gerettet Ich will da schön hinter meinen Achso Ne Da kann ich eh nicht rausschießen Der hat ja nicht mehr viel Den können wir jetzt machen Zack Ja Uh 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 Dankeschön Leute Ja so Jetzt haben wir den Und jetzt würde ich Welche Stufe haben wir jetzt 19 Ja Würde ich sagen Einmal hier hin Sind schon wieder neue Einsätze So ganz So ganz Rabe ich nicht warum jetzt hier Immer neue Einsätze noch sind Aber Okay Kommen wir mal an den noch eben Dann haben wir es hier abgeschlossen Ich muss sie Um einen Persönlichen Gefallen bitten Alexis Korn Sie ist mir wichtig Und ich muss wissen Ob es ihr gut geht Oh und ich soll das wieder machen Sie haben uns lange nicht gesprochen Und ich habe keine Adresse Aber sie hat eine Selbsthilfegruppe aufgesucht Wenn sie dort beginnen Vielleicht weiß dort jemand was Ich habe die Adresse hochgeladen Oh nö Jetzt geht es hier wieder Der Typ ist noch nihilistischer als ich Mr. Rhodes Zeigen Sie einfach dem Agenten das Material Und lassen Sie es ihn selbst bewerten Okay Aber es stimmt Das ist der Hammer So Da sind wir doch Schon Alles gesichert Alter ist das dunkel Ich wette diese Tussi ist tot Die die vermisst Treffpunkt zu wollen Was geht denn hier Ist wirklich so eine Selbsthilfegruppe Ich denke Ah Hier Habe ich gar nicht gesehen Sieht es diese Woche besser aus Schatz es wird noch schlimmer Bill und Sandra sind krank Und seit Wochen hat keiner was von Alexis gehört Na ja Ich war auf dem Weg hierher bei ihrer Wohnung Aber sie hat nicht aufgemacht Sie ist vielleicht krank Mein halbes Büro hat sich eingefangen Ich weiß aber letzte Woche war sie auch schlicht da Oh je Was ist mit dem Kollegen hier? Hey Alexis Hier Ich kann Ich kann nicht mehr Das ist zu viel Auch wenn die Woche scheiße war Dafür sind wir ja hier Wir müssen das einfach versuchen Komm rüber wenn du kannst Dann ruf mich an Auch wenn du nicht kannst Damit wir wissen dass es dir gut geht Okay Naja Was macht die hier Sie ist für uns keine große Hilfe Sei nachsichtig Erbart Was ist da draußen los? Nix Mission Das war's oder wie? Jo Ach ne jetzt muss ich da hin Gut gehen wir halt da hin Macht ja nix Einmal raus hier aus dem Loch Den Einsatz machen wir noch Da piept doch schon wieder eine Bombe Das höre ich doch Na das Wetter wird ein bisschen klarer Aber auch nur ein bisschen So wo ist denn diese Wohnung Jetzt hier Hier Schauen wir doch mal an Was hier jetzt abgeht Bei der Alexa Oder wie heißt sie Weißt du es ja echt immer wieder geil Wie detailliert hier alles ist Eigentlich müsste man viel mehr Zeit verbringen Einfach sich die Umgebung anzugucken Weil das einfach so unfassbar Detailliert designt ist Guckt euch das doch immer alles an Wie viel Arbeit das gewesen sein muss Wahnsinn Einfach geil Allwetterhose Allwetterhose Nahrungsmittelkonserve Gut machen wir mal das Echo an Ja Ja da Da ist sie doch Retroadresse Ja Haben wir Da geht das weiter Wie krass Cool Ja wir gehen aber kurz nochmal jetzt hier in das In das Safe House Weil da kann ich nämlich wieder einen Einsatz abgeben Da gibt es wieder ein bisschen mehr Punkte So Bericht Oh oh ich hab wieder eine legendäre Dingens gefunden Blaupause So mal eben Gucken wir mal eben hier ins Inventar Was wir hier schönes gefunden haben Oh Das vergleiche ich mal Doch das vergleiche ich mal gerade mit Meiner Angelegt Puh ne ich Ne da behalte ich lieber meins Das ist doof Zerlegen Den vergleiche ich mal gerade mit meinem Maschinengewehr Ah der hat natürlich jetzt 100 Schuss Ist natürlich geil ne Aber dafür dauert es noch länger um nachzuladen Oh ich weiß nicht Ne ne Gefällt mir meine besser Das hier ist eh alles Müll So Guck mal den hab ich mir Hergestellt Das ist ein geiles Teil oder Was haben wir hier Das ist Müll Oh hier Oh ein Modplatz Will ich nicht Oh der ist geil Der hat einen Modplatz Ach übrigens ja Das hab ich jetzt Zum ersten Mal gesehen Dass auch solche Gegenstände einen Modplatz haben Oh jetzt kann ich nämlich hier auf mein Holster gehen Und hier unten auf Mod Und jetzt kann ich endlich diese Teile benutzen Wo ich die ganze Zeit nicht wusste Wofür die gut sind Erste Hilfe Radius Hilfsposten Was denn ein Hilfsposten Das ist glaube ich dieses Ding ne Impulsgeberreich Geschützwirkzeit Ha Den nehm ich Das ist ganz cool Jetzt kann ich die anderen Mods auch benutzen Ja So So Jetzt würde ich sagen Latschen wir mal Da vorne hin Genau Nö das machen wir beim nächsten Mal Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut Und Das nächste Mal Bin ich dann schon hier hingelatscht Würde ich ja jetzt nicht langweilen Mit dem ganzen Weg hier rüber Dann machen wir mal den Hier die Nebeneinsätze Wo es dann um diese Alexis weiter geht Ja Machen wir mal ein paar Nebeneinsätze Und dann geht es weiter zu dem einen Einsatz Würde ich sagen Also Leute Haut rein Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao